Oh shit. Wir machen heute nur Quests. Denn ich muss die freischalten für... Stufe 5... ...Tower Defense. Mal gleich mal gucken hier. Laternenmarkt. Da können wir schon ein bisschen was tauschen. Okay, ich brauche erstmal tausend für die Krone. Ich lass das mal noch. Ich brauche erstmal tausend für die Krone. So, hier. Habe ich jetzt noch ein paar offen. So, vier... äh... fünf Stück muss ich noch machen. Ziel verfolgen. Ziel verfolgen. So, erstmal der. Ja. Ja, das Hauptproblem ist tatsächlich nicht die EP. Okay, das Hauptproblem... ähm... ...wird... werden die Credits. Die sind bei mir echt Mangelware. Sonst könnte ich mir schon fast das T8-Schiff kaufen, aber... ...dafür fehlt mir noch 8 Millionen Credits oder so. ...z obsolete. Beber. Beber, ... ...web. Beber. tja ich habe schon drei stück gemacht oh meine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde gerne ein bisschen mehr Action reinbringen Auch was Sport angeht, wenn wir demnächst mal mehr machen, denke ich mal Ich würde gerne ein bisschen mehr Action reinbringen Time geht glaube ich nicht, versuch mal Ausrufezeichen Commands Ich würde gerne ein bisschen mehr Action reinbringen Ich würde gerne ein bisschen mehr Action reinbringen Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind ja der Reisende, der Held vom Erdbeerfeld. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.